Ich zeige euch noch erstmal den Shop und danach geht ihr auch schon mal im Brody live. Genau. Hau rein, wir sehen uns. So. Okay, so Leute, dann schauen wir uns mal den leckeren Shop an. Wir sehen erstmal hier Archetyp für 2200 V-Bucks als Paket hier am Start. 1000 V-Bucks Rabatt, ihr seht es schon Leute. Ein mega heftiges Rabatt. Man hat den Skin plus Backpack, ne, nicht, ja okay, Backpack, doch Backpack, dann Hängegleiter und dann auch noch die Spitzhackel und man spart damit 1000 V-Bucks, Leute und hat direkt ein ganzes Set. Sehr, sehr gut. Na. So, Boxen, wenn ich 10 Euro spende, ne, also Lenny, bei Octai war es, Digga, Octai hat viel, viel mehr als 10 Euro. Viel, viel mehr. Deswegen. Das habe ich jetzt einfach nur so gemacht, weil ich ihm auch einfach mal gönnen möchte, deswegen. Weil wenn er mir schon so viel gönnt, dann möchte ich ihm auch mal gönnen. Ganz easy. Und er hat ja echt viel rauskommen. Das muss man ihm lassen. Also, in diesem Monat hier extrem. Deswegen, da kann man ja auch mal gönnen. So. So, äh, ja. Wo war ich jetzt genau das Paket? So, also das Paket hier 1000 V-Bucks, sieht man ja hier. Dieser Gegenstand kann zwar nicht verschenkt werden, aber wie gesagt, für 1000 V-Bucks Rabatt finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich muss auch sagen, der Skin ist auf jeden Fall auch ganz geil, Digga. Das ist schon ein netter Skin. War jetzt schon, glaube ich, so ein paar Mal auch im Shop. Äh, ja. Also dieses Paket kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man gerne ein Schnäppchen haben möchte und auch ein ganzes, einfach ein ganzes Set haben will, ohne viel auszugeben. Finde ich sehr, sehr gut. Dann sehen wir hier den Servo-Hängegleiter, ein Hängegleiter-Prototyp aus Verbundmaterial, Teil des Archetyp-Sets. 1200 V-Bucks für diesen Hängegleiter hier, der sowas fort extrem futuristisch ist. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. 1200 V-Bucks, schönes Ding. So, dann sehen wir hier noch die Messhacke, 500 V-Bucks. Sehr, sehr cool. So, ah, den Hängegleiter, hab ich ja gerade schon gesagt, ja, stimmt. Also, man kann hier das Set kaufen oder man kann die einzelnen Bestandteile von dem kaufen. Und hier kann man natürlich auch sehen, dass man wirklich sehr, sehr viel spart. Ist auch mal interessant, ne? Also es gibt das Paket oder es gibt die einzelnen Teile. Ist auch mal eine neue Idee, ne, von Epic Games hier. Boah, du wurdest beschenkt von Octaida, sieht man, weil du ein Ehrenmann bist, XD. Da seht ihr, Leute. Da hat auch mal einen Duo-Tag verdient. So, spaßiger Groove. Nicht nur deswegen, sondern wegen allem weiteren, wie er mich krass gebraucht hat. So, ähm, dann sehen wir hier die Machete für 500 V-Bucks. Die kennen wir ja schon, war auch schon ein paar Mal im Shop. Und ist auf jeden Fall eine nette Spitzhacke für 500 V-Bucks. Kamer machen, ist geil, Liga. Dann sehen wir hier noch den Heli für 1200 V-Bucks. Du bist die Luftunterstützung, Teil des Truppentruppes Sets 1200 V-Bucks. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Hängegleiter. Cooler Hängegleiter. Einfach als Helikopter, der jetzt noch hier zwei Minigans hat. Gefällt mir, ist cool. Dann digitales Grau, 300 V-Bucks hier als Waffentarnung. Das erinnert irgendwie an Minecraft, ne? Also, ich könnte mal, man könnte sagen, einfach Minecraft-Harnung für 300 V-Bucks hier. Auf jeden Fall auch ein gutes Schnapp hier. Dann sehen wir hier noch ein paar Drohnen-Gut für 1500 V-Bucks. War auch schon ein paar Mal im Shop. Und ist auf jeden Fall ein krasser Gangster, muss ich sagen. Einfach ein krasser Typ. Mit seinem Patronen-Gut hier. Mit seiner Kleidung und mit seiner... Und wie er hier steht, ne? Also, der ist schon brutal. Schon ein brutaler Gangster. 1500 V-Bucks. Schöner Skin. So, dann sehen wir hier Kuschel-Kram. 800 V-Bucks. Die Spitzhacken kennen wir doch. Da gibt's doch bestimmt auch gleich den Skin noch dazu. Kuscheltarnung, 300 V-Bucks. Auch ganz nett. Auch ein Schnäppchen. Spitzhacke. Finde ich auch ganz nett. Auch ganz cool. So, dann sehen wir hier Kuschel-Airlines für 800 V-Bucks. Auch ein ganz netter Hängegleiter. Passt ja auch dann gleich perfekt zu dem Skin, den wir sehen werden. Nämlich hier Kuschel-Beauftragter. 2000 V-Bucks, auf jeden Fall ein sehr cooler Klassiker. Gibt es schon seit Season 3 oder Season 4. Ungefähr so. Und ist auf jeden Fall ein schöner Skin. Sogar ein legendärer Skin für 2000 V-Bucks. Finde ich sehr, sehr cool. Und das ganze Set, das man ja kriegen kann, wird. Z.B. Kuschel-Airlines noch dazu. Dann noch hier Spitzhacke, Waffentarnung. Alles in einem sieht dann wirklich auch sehr, sehr gut aus. Empfehlenswert. So, dann sehen wir hier noch die Nacht-Texte für 1500 V-Bucks. War auch ein paar Mal im Shop. Kennen wir auch schon. Also bei der, die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich mystisch und auch ziemlich einzigartig. Von den Haaren und von der, von der Kleidung an sich. Von der Farbkombination. Ja. Einzigartiger Skin. Sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, einzigartige Skins sind auch immer sehr, sehr gut. So, dann stachelige Streit drin, 800 V-Bucks. Ein cooler Skin, der wenig kostet. Also wenn ihr gerne sparen wollt und gute Skins haben wollt, der Skin, perfekt. So, äh, Pumpernickel. Ich sag nicht, ich sag nicht, ich sag nicht, Skin, Digga. Äh, der, der, der heftigste Dancer ist ein guter Dance. Ganz nett. Den nicht, aber, den Skin, finde ich, äh, ich sag nicht, warum soll ich immer Skin, Digga? Ich sag immer Skin, ne? auch so lustig immer sag ich so also den dance finde ich aber auf jeden fall viel viel besser als puppernickel viel viel besser er ist cooler den habe ich auch so gern besitzt der ist glaube ich auch seit diesen drei oder so am start auf jeden fall auch ein richtiger og dance finde ich sehr sehr cool und die musik ist auch so richtig ich bin der heftigste so ist jetzt mal durch ich rasier alles und dann hier immer mit der ruhe 200 wie bald glaubt das hatte mir ja glaube ich auch teil geschenken für 200 wie box auch ganz nett kam so leute das ist der gesamte shop und hier seht ihr schon zum krönen den abschluss mein trader code boxing main minus bra kann man ganz easy im item shop eingeben um mich damit auf ehrenbruder basis unterstützen würde mich sehr sehr freuen wenn ihr es macht kurs geht raus an die die es tun danke für den support ist wirklich kostenlos dauert auch nur zwei sekunden und wenn ihr euch dann etwas im shop kauft und mein trader code box main minus bra ist in eurem item shop dann unterstütze mich auf ehrenbruder basis würde mich sehr sehr freuen und vergesst natürlich nicht alle 14 tage wird er gelöscht deswegen auf jeden fall auch immer wieder neu eintragen wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollen am besten jeden tag so dass ihr nicht darauf achten müsst dass die 14 tage vorbei sind so und mir ist natürlich auch sehr sehr wichtig dass ihn auf jeden fall den trader co box dass ihn auf jeden fall einträgt weil durch diese unterstützung kann ich weiterhin hier youtuber sein und euch geilen content liefern so genau und ebenfalls kann man natürlich auch die pakete hier die es schon gibt zeit die begrenzte angebote die ganz pakete vorne das wellenbrecher paket vorteil bette royal schattenfeuer paket kann man sich auch alles gerne mit meinem trader co box main minus bra auf ehrenbruder schiff die basis können würde mich sehr sehr freuen wenn ihr es macht leute so ja dann würde ich mich auch schon von euch verabschieden das war's mit dem stream das war's mit dem zocken hier werde das ganze gefallen hat dann lass natürlich mal gerne ein abo und ein leichter und ihr wisst wenn ihr mich gerne noch kostenlos supporten wollt breiter code box main minus bra bra brauche ich mich sehr darüber bei jedem einzelnen unterstützung so haut rein wir sehen uns dein dann dein 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 Vielen Dank.